Wer ist denn? Na bitte, Ghetto. Wer ist denn? Tja, haben wir 64 Euro trotzdem. Und wieder eine Chance. So, und was kommt? Das ist schon schlecht. Komm, hol mal was hohes raus. 14. Jawoll, Gold. Ich wollte nur Silber. So, ich will immer noch Silber haben. Schauen wir mal. 15. Komm, äh, 8. 12. Da ist er. Schade. Aber immerhin, da kann man nicht meckern. So, dann probieren wir bis 350 Euro. Und die hole ich dann mal raus. Oh, 60 Euro. Ja, dann hol mal 400 raus. Ich höre auf dich. Meine gute Seele. Da wirst du wieder in die... Die Gewinnverhindernstache. Genau. Ja, das waren 15 Euro. Ja, das waren 15 Euro. 15 Euro war... Ich weiß nicht, wie du in die Beziehung. 20 Euro. Ja. Oh, sind wir schon mal 100. Ja, gut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das hab ich doch gesagt. Sehr schön. 212. Aufgezeichnet. Nochmal. Und jetzt kommt nochmal richtig schöner Abschluss. Ich höre. Oh, so. 264 Euro. Und wird's was oder ist es wieder in die... Ah, das sieht eventuell schwer nach Bumse aus. Eventuell. Oh, nochmal. Und ab dafür. Leider warst immer. Elfte Termin. Ah. Oh. 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 Ah, ne. Ich hab was weiter. Lein Diamond. 50 Cent. Vollwild. Im Diamantenboden. Mal schauen, was dabei jetzt rumkommt. Auf geht's. Einen haben wir schon mal mehr. Zwei. Ich brauch mehr. Drei. Vier. Fünf. Boah. Komm. Hundertfünfzig sind schon. Komm noch rein. Einmal rein. Komm rein. Komm jetzt. Der eine geht ja wohl noch. Komm jetzt. Hau rein. 150. Wann hat er noch so lange da rum? Wahrscheinlich. Wird ja gelohnt. Wann Hipsteher. Jetzt müssen wir better die Stalk. S開at gehen. Komm ja. Die Stalk mit. Die Stalk intéressin. Komm, schieß noch eine Ente. Quack, quack. Komm, da geht doch noch was. Komm, jetzt. Schade. Ja, ist doch eine sehr nette Serie hier gewesen für 20 Cent. Ja, das ist doch okay für 50 Cent. Quack, quack. Komm, da geht doch weg. Komm, da geht doch. Untertitelung des ZDF, 2020